Der Dortmunder Flughafen hat bei uns in dieser Woche bei der Betrachtung des DFS-Mobilitätsberichts für das Jahr 2018 mit einem Zuwachs bei den IFA-Staats und Landungen von über 11% auf sich aufmerksam gemacht. Und zusammenhängt damit ist jetzt mal wieder beim Dortmunder Flughafen eine Verlängerung der Start- und Landebahn im Gespräch. Alles, was ihr darüber so wissen müsst, das gibt es jetzt hier. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Fangen wir einfach mal an mit den wichtigen Basisinformationen zu diesem Flughafen. Der Dortmunder Airport ist in Nordrhein-Westfalen der drittgrößte Verkehrsflughafen und hier in Deutschland nach Nürnberg auf Platz Nummer 11. Bekannt ist der Flughafen vor allem für Billigfluggesellschaften, aber auch für seine Kompaktheit und die damit verbundene Übersichtlichkeit und tatsächlich auch für Pünktlichkeit. Der Dortmunder Flughafen war nämlich im Jahr 2018 der pünktlichste Flughafen hier in Deutschland und tatsächlich unter den Top 10 pünktlichsten Flughäfen weltweit. Mit den eben angesprochenen über 11% zusätzlichen Starts und Landungen und den damit verbundenen fast 15% gestiegenen Passagierzahlen ist der Dortmunder Flughafen tatsächlich einer der am stärksten wachsenden deutschen Flughäfen des Jahres 2018. Und in den ersten Monaten des Jahres 2019 ging das tatsächlich auch genauso weiter. Im ersten Quartal sogar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit einem Passagierwachstum von etwa 20%. Damit sind die Flughäfen Dortmund und Memmingen die beiden Flughäfen hier in Deutschland, die auch ohne den sogenannten Air Berlin-Effekt beachtliche und vor allem aber auch stabile Wachstumswerte liefern konnten. Der Air Berlin-Effekt bezeichnet übrigens das Verschwinden von bestimmten Flugverbindungen und damit verbunden natürlich auch das Zusammenschrumpfen von Passagierzahlen an bestimmten deutschen Flughäfen Ende des Jahres 2017. Oktober 2017 war bei Air Berlin ja Schluss, während ein Großteil dieser Verbindung ein Jahr später, also Ende des Jahres 2018, natürlich dann schon wieder aufgenommen wurde und damit die Passagiere quasi auch zurückgeholt wurden. Was dann halt eben an Flughäfen wie beispielsweise Düsseldorf oder auch Berlin-Tegel bei der Betrachtung eines bestimmten Monats des Jahres 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ebenfalls für beachtliche Wachstumswerte gesorgt hat, obwohl diese Werte ohne das Verschwinden der Air Berlin ja gar nicht unbedingt zustande gekommen wären. Das ist der Air Berlin-Effekt und das ist eben ein Effekt, von dem die Flughäfen Memmingen und auch Dortmund nicht profitieren konnten. Klingt doch soweit eigentlich erst einmal ganz sympathisch oder nicht. Das große Problem am Dortmunder Flughafen ist allerdings, dass dieser Airport seit über 20 Jahren keinen Gewinn mehr erwirtschaften konnte. Mit anderen Worten, man versucht überall Geld einzusparen, die Passagierzahlen steigen und trotzdem steht am Ende des Jahres unterm Strich immer ein dickes Minus, welches dann von den Gesellschaftern des Flughafens aufgefangen werden muss. Mit anderen Worten, der Verlust, der an dieser Stelle entsteht und zwar immer und immer wieder, der muss auch immer und immer wieder von der Stadt Dortmund aufgefangen werden. In diesem Jahr sollen am Dortmunder Flughafen erstmals über 2,5 Millionen Passagiere abgefertigt werden und damit natürlich auch die Einnahmen des Flughafens immer weiter gesteigert werden, während man die Ausgaben immer weiter drückt, was dann 2024 spätestens dafür sorgen soll, beim Überschreiten, beim möglichen Überschreiten der 3 Millionen abgefertigten Passagiere, dass man das Vorzeichen am Ende des Jahres endlich von Minus auf Plus drehen kann. Der Flughafen im Osten Dortmunds verfügt zum aktuellen Zeitpunkt über eine einzelne Start- und Landebahn. Die sieht folgendermaßen aus. Asphaltiert ist dort ein 2000 Meter langer und 45 Meter breiter Streifen und der ist ausgerichtet in südwestliche Richtung als Landebahn oder Startbahn 24 oder dann in Gegenrichtung in nordöstliche Richtung als 06. Südlich der Bahn liegt dann ein auf ganzer Länge parallel verlaufender Taxiway mit vier Verbindungen zur Start- und Landebahn. Daran hängt natürlich dann auch das Vorfeld und das Flughafengebäude. Am Platz selbst steht dann das Dortmund NDB und das Wicke de VOA. Zwei Funknavigationsanlagen, die auf den entsprechenden Pisten, auf der 06 und auf der 24, dann auch eben zwei Nicht-Präzisionsanflüge ermöglichen, also einen VOA und einen NDB Approach. Viel besser ist allerdings, dass der Dortmunder Flughafen in beide Richtungen ausgestattet ist, mit einem Instrumentenlandessystem, also mit einem ILS, also mit einem Präzisionsanflug bis K2. Damit ermöglicht man am Flughafen Dortmund auch eine automatische Landung von entsprechenden Verkehrsflugzeugen und das in beide Richtungen. Angehend ist dieser regionale Flughafen also schon mal gar nicht so schlecht ausgestattet. Ja, die Schwachstelle des Airpods ist also auf jeden Fall die Landebahn. Die hat zwar mit 45 Metern Breite eine durchaus gut brauchbare Standardbreite, die Länge der Bahn mit offiziell 2000 Metern kann dann aber unter bestimmten Bedingungen durch einen entsprechenden Minuspunkt ziemlich kritisch werden. Und zwar verfügt der Flughafen Dortmund in beiden Richtungen, auf der 06 und auf der 24, über eine sogenannte versetzte Schwelle. Das bedeutet, trotz der Tatsache, dass hier 2000 Meter feinster Asphalt irgendwo in der Landschaft rumliegt, bleibt den landenden Flugzeugen nur 1700 Meter Landebahn zur Verfügung. Die Schwelle ist auf beiden Seiten um 300 Meter nach hinten versetzt. Jetzt muss man an der Stelle aber so ein bisschen aufpassen, denn der von den versetzten Landebahnschwellen eingefasste Teil der Bahn, das ist nicht der tatsächlich nutzbare Teil der Runway. So stand das ganz gerne mal in einigen Artikeln im Internet und das ist natürlich Quatsch. Der Asphalt vor der Landebahnschwelle, vor der versetzten Schwelle ist tatsächlich genauso gut wie der Asphalt hinter der Schwelle, mit einer kleinen Einschränkung, aber dazu gleich nochmal mehr. Das bedeutet, dass Flugzeuge beim Start am Dortmunder Flughafen immer 2000 Meter zur Verfügung haben, wenn sie am Anfang der Bahn starten. Das ist nicht sonderlich viel, gerade wenn dann irgendwann Nässe oder vielleicht sogar Schnee oder vielleicht sogar Eis hinzukommt, sorgen gesetzliche Vorgaben bei der Berechnung der Startdistanz, gerade bei schwereren Flugzeugen, gerne mal dafür, dass 2000 Meter ganz einfach unbrauchbar sind. Aber gerade in der Größenordnung Boeing 737 und Airbus A320-Familie geht das mit 2000 verfügbaren Metern tatsächlich ziemlich lange ziemlich gut. Und eine versetzte Schwelle würde an dieser Tatsache, an den 2000 verfügbaren Metern, tatsächlich auch genau gar nichts ändern. Aus dem Grund kann diese 2000 Meter lange Bahn ja auch an beiden Enden eine um 300 Meter versetzte Landebahnschwelle haben. Das heißt, der von den beiden Schwellen eingefasste Bereich ist nur noch 1400 Meter lang und trotzdem stehen den landenden Flugzeugen in beide Richtungen 1700 Meter zur Verfügung. Benutzen kann man diese mit Pfeilen markierte Fläche bis zur versetzten Schwelle also auf jeden Fall. Aufsetzen dürfen Flugzeuge hier aber nicht. Und das ist die eben angesprochene Einschränkung. Und zwar muss der Bereich der Landebahn, in welchem Flugzeuge dann wirklich aufsetzen sollen, der muss besonders belastbar sein. Da gibt es bestimmte Vorschriften beim Bau einer solchen Runway und bei einer dauerhaft versetzten Schwelle. Wie es ja hier am Dortmunder Flughafen der Fall ist, da ist der Bereich vor der versetzten Schwelle meist nicht für diese Belastung ausgelegt. Das heißt, ganz ohne Bauarbeiten, nur mal eben so durch Umpinseln der Schwelle, lässt sich diese Maßnahme am Dortmunder Flughafen auch nicht durchführen. Eine versetzte Schwelle kann vielerlei Gründe haben. Meist sind es ganz einfach ziemlich offensichtliche Hindernisse im Anflugweg und damit die mit einem entsprechenden Mindestabstand überflogen werden können, muss entweder der Anflugweg selbst steiler werden oder der Punkt, an dem die Flugzeuge aufsetzen, muss nach hinten verlegt werden. Und das passiert eben bei dieser versetzten Schwelle. In Dortmund allerdings, ohne es jetzt wirklich im Detail zu wissen, ich habe mir extra die Genehmigung des Landes Nordrhein-Westfalens für den Dortmunder Flughafen durchgelesen, das gibt es alles im Internet, und da habe ich leider keine wirklich interessanten Informationen zu dieser versetzten Schwelle bekommen. In Dortmund scheint es keine wirklich offensichtlichen Hindernisse zu geben, die hier gegen eine Versetzung der Landebahnschwelle zur Verlängerung der Landebahn sprechen. Aber wie gesagt, das weiß ich nicht genau im Detail, es geht halt einfach darum, dass der Flughafen Dortmund die Hindernisfreiheit gewährleisten muss, und zum aktuellen Zeitpunkt scheinen das alles Hindernisse zu sein, die sich, wenn sie überhaupt da sind, relativ leicht aus dem Weg räumen lassen. Hindernisse können beispielsweise auch Bäume sein, und Bäume kann man fällen. Das wirklich große Hindernis an dieser ganzen Nummer ist eher die Bevölkerung der umliegenden Städte. Denn der Dortmunder Flughafen verlängert ja nicht zum ersten Mal seine Start- und Landebahn, das ist in den letzten Jahrzehnten immer und immer wieder passiert, und immer und immer wieder gab es zahlreiche Gegenstimmen, sogar zahlreiche Klagen gegen den Dortmunder Flughafen und auch gegen die Stadt Dortmund. Und das Ergebnis war immer wieder ein immer und immer wieder größer werdendes Sammelsurium an Gesetzen und Regeln, an die sich der Dortmunder Flughafen halten muss. Aber wenn wir schon mal so weit im Thema drin sind, was würde überhaupt eine 2000 Meter lange Landebahn für Vorteile ermöglichen? Auch das können wir kurz machen, ganz einfach, gut 65 Prozent der am Dortmunder Flughafen abgefertigten Fluggäste, die fliegen mit Whiz Air. Whiz Air hält diesen Flughafen am Leben und lässt ihn wachsen. Whiz Air hat zum aktuellen Zeitpunkt über 180 Airbus A321neo bestellt, und Whiz Air wird in Zukunft ihre Flotte auf diesem Flugzeugtypen aufbauen. Ein Airbus A321neo kann bei der Landung ungefähr 78 Tonnen schwer sein. So um die 70 Tonnen ist tatsächlich in der Praxis auf solchen Flügen zwischen Dortmund und wo auch immer, das ist gar nicht unüblich. Will jetzt ein 70 Tonnen schwerer Airbus A321neo auf einer 1700 Meter langen Bahn landen, dann ist das erstmal kein Problem. Und auch starten ist auf dieser Bahn kein Thema, gerade mit den leistungsstarken Neos. Sind jetzt die Wetterbedingungen aber dann doch mal nicht Standard, und dann kommen auch noch so super unwahrscheinliche Dinge wie beispielsweise Regen hinzu, dann kann das schnell mal eng werden. Ein knapp 70 Tonnen schwerer Airbus benötigt bei der Landung auf der leicht abschüssigen Piste 06 des Dortmunder Flughafens bei 15 Grad Celsius ohne Wind mit Flaps full und Standardluftdruck unter Einberechnen aller gesetzlichen Sicherheitsfaktoren knapp 1500 Meter für die Landung. An einem nicht wirklich unwahrscheinlichen Sommernachmittag mit 27 Grad Celsius, einem leicht unter Standard liegenden Luftdruck und vielleicht dann auch noch einer leicht nassen Bahn, weil es halt eben gerade einfach mal einen Regenschauer gab, naja dann wäre tatsächlich schon bei 67 Tonnen auf dieser 1700 Meter langen Bahn Schluss. Mit anderen Worten, man bräuchte eine knapp 1800 Meter lange Bahn, um hier alle Vorgaben vernünftig erfüllen zu können. Und ich muss euch das wahrscheinlich gar nicht weiter vorrechnen. Ihr könnt euch ja vorstellen, worauf das Ganze dann hinausläuft. In diesen 300 zusätzlichen möglichen Metern, da steckt eine ganze Menge Potenzial drin, eine ganze Menge Absicherung für zum Beispiel Regen oder auch mal Schnee. Und das ist eine Absicherung oder ein Potenzial, das man ja gerne dem A321neo der Whiz Air ermöglichen möchte. Am Ende des Tages ist das, was hier passiert, jedoch eine Entscheidung, die, wie so oft, wenn es um die Erweiterung von Flughäfen geht, sehr, sehr lange dauern wird. Denn ein Flugzeug, das 300 Meter vorher aufsetzt, als es das sonst getan hat, das ist den ganzen Anflug über, Standardanflug, 3 Grad Gleitsloop, ist den ganzen Anflug über 50 Fuß tiefer als sonst. Das sind 15 Meter. 15 Meter, das deutlich leisere Flugzeug, das diesen Weg dann eventuell nehmen könnte, jetzt mal außen vor gelassen, 15 Meter, das ist ein Unterschied. Das ist kein großer Unterschied, aber das sehen einige Bewohner sicherlich ganz anders als ich. Und so entsteht aus dieser möglichen Versetzung der Landebahnschwelle jetzt eine Diskussion über Effizienz, Lärmschutz und Sinnhaftigkeit des Dortmunder Flughafens. Und da bin ich doch ganz einfach mal sehr gespannt auf eure Meinung zu diesem Thema. Und dann soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ein paar interessante Informationen für euch mit dabei waren. Vielleicht ein paar Informationen, die ihr in dem einen oder anderen kurzen Beitrag im Internet nicht dabei hattet. Vielleicht war es auch wieder ein bisschen viel um den heißen Brei herumgeredet. Lasst mir gerne ein bisschen Feedback in den Kommentaren da. Freue ich mich sehr drauf. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.